Moin moin Leute, herzlich willkommen zurück bei Trouble in Terrace Town. Hallo? Einhorn, Shido, Marvel, Fisk und Flocke. Hallo! Das ist kacke, weil ich war grad die Runde... Fick dich! Du wusstest doch nicht mal, dass du da stehst! Was? Was? Was war denn jetzt? Das sollt ist real. Was? Dalu war die der Waffe! Was? Dalu war die der Waffe! Nils, was glaub ich... Oh Gott, wie viele Leichen liegen denn hier? Das war einfach ne Waffe, bis! Dann ist das Dalu wahrscheinlich, oder? Dalu war die... 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 Dru war die... Das war die... Dau war die... Ich bin... Ich bin Skigut! Ich... Ich... Ist der Crown Stover oder was du... Ich bin Skigut! Äh, der Mörder von dir ist jetzt unten. Dort unten? Ganz unten. Ich bin hier beim Leuchtturm oben... Der ist unten langgelaufen, da war grad zu seinen Boden Asenswurf. Ich bin hier hinten. Am Strand oder wo? Ich bin hier hinten. Ich bin hier hinten. In dem Kellerbereich unten. Der Wotzer steht da hinten bei der Hütte. Ich komme hier mal reinschiebe. Wenn Kunra noch einmal guckt, dann vergisst der hier. Seht ihr? Seht ihr? Was ist Brands? Was ist denn für euch unten? Weil hier ist alles unten. Es gibt auch nen Keller. Es gibt auch nen Keller. Ich schau auf sie. Oh Gott. Und am Leuchturm. Ist anscheinend verpackt, weil es klingt immer so. Vielleicht kämmt derjenige ja auch dort. In der Luft oder die. Da muss es Kunran sein. Wer weiß. Nein, Kunran ist da im Dingens. Die DNA-Kumpiler von Nils sind hier über Wasser. Vielleicht ist Nils durch die See gestorben. Vielleicht war er ein alter Seemann oder so. Astrophys kann nicht sterben. Arrrr. 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 Kann man nochmal die Waffen wechseln? Arrrr. 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 Smuk-muk. Wer ist es denn jetz! Smuk-muk. Sumuk-muk. Du hast mich angeguckt, ich hab gesagt, wenn du mich nochmal anguckst, vergift dich. Wo ist Grenz? Ich weiß es nicht. Entweder oben auf dem Leuchtturm oder hier hinten irgendwo in der Ecke. Flocke, lebst du noch? Ja, aber ich komm hier nicht mehr raus, weil ich zum Beispiel die Treppe aufzulauf. Maru ist es, er ist hinten. Ja, gut, rein, Flocke und äh, Grenz. Ja, ja. So wie Justin Bieber seinen Vater auch nicht datet. Wo ist die Stadt wie bei der... Maru, war schön mit dir. Wir haben Maxi schön getötet. Ich hab dich getroffen. Ah, da hinten ist das. Jetzt geht's. Nein. Nein. Blau. Hey, ist das so? Kommt Grenz angeflogen. Ich war zu fett leider. Ich bin durch Sachen gefühlt. Oh. Ja, ja. Hey, warte mal. Machst du das doch mal ein Tor? Es geht kaputt wenn du drauf gehst. Hallo, wofür krieg ich denn Punkte fürs Überleben oder was? Team hat gewonnen. Ich glaub das war nicht verbuggt Maru. Ich war nur in dem Moment glaub ich mit dem Ding ins geflogen. Ach so. Ja, ja. Was kommt hin? Hast du gehört? Ich hab den alle weggeführt, weil ich dachte wegen zwei Meisen im Wasser. Leute, schubst Fisk schnell damit er die Dingens nicht kriegt. Ja, gut gemacht. Wer war das? Ich bin hängen geflogen. Ich war selbst so blöde. Hier ist geschlossen. Ich dachte auch da. Geht gar nicht. Nein. Wenn ich jetzt den Rahmen rausnehme. Hey. Monster confirm. Was soll die? Grenz ist tot. Aber doch schnell ne Granate bestimmt gekauft. Er hat respawned. Er hat respawned. Zum Strand. Zum Strand. Zum Strand. Jagd ihn. Ist er in der Tür vom Leuchtturm? Oh, sorry. Oh, ja. Sorry. Ich hab's zugeschossen. Von ran. Danke. Vorsicht! Nicht dahin gehen! Hier oben ist einer. Ich hab's gesagt. Wer fliegt denn da? Das bin ich. Wenn da jemand fliegt, baller den ab. Nein. Ach, scheiße. Grundrad ist auch wieder belebt worden. Sorry Fisk. Komm doch mal da runter. Warum denn? Grundrad läuft unten in die Kanalisation hinten bei dem abgebrochenen Haus runter. Flock ist frei zum Abschuss. Wer ist es jetzt? Was? Grundrad. Du hast, Flock hat mich in eine Luft angeschossen. Ist doch nicht verboten. Nur weil du dätig bist. Und Kunran ist wieder tot. Wer hat denn da sein Mausrad zu kriegen? Das muss Flock sein, glaub ich. Flock ist Mausrad. Scrollt grad im Shop. Ja, genau. Ich scroll immer im Shop als Innocent. Der Innocent. Der Innocent. Der war denn sonst? Der war der andere nochmal? Der Grenz. Aber wer ist der Letzte? Nils? Der Block ist auch erschossen worden. Ah, der ist nicht erschossen. Der ist erschossen. Hm? Ja, hast du ja noch eins gefunden. Jop. Du hast das mitgekriegt, oder? Nils wird wiederbelebt, glaub ich. Oder der Letzte lebt? Der Letzte ist im Haus noch. In welchem? In welchem? Im Leuchtturmhaus. Ach so. Ach, der hört sich nicht. Hallo? Was ist denn? Ich wollte nur kommen. Was ist hier so los? Schade. Nils, ich wollte dich eigentlich Flopper killen und du bist nicht explodiert, dann habe ich auch einen Flopper. Ja, du hast ja mitgekriegt hier. Ja, du hattest oben die bisschen durchgewechselt. Ja, ja, ich weiß. Ich war überm Leuchtturm gewesen. Magst du schön? Ja, ich glaube Nils ist es. Ich erschließ ihn, er fällt so rum und so, yo. Der D, der schießt mich einfach ernst. Wenn du einfach explodierst, vor mir, explodierst du. Nein. Ich habe einfach explodiert. Das ist ein Typ der Strinds. Super Quatsch. Alter, Quatsch. Was? Was denn? Wo bist du überhaupt, Toto? Halt, warte, wenn Toto tot ist, ich war das nicht. Nee, nee, nee. Sorry. Das ist das Recht, ey. Das war's, du bist wieder du. Dabei warst du noch McFly. Oh, Alter! Guck dran war das. Das war Flocke. Echt? Ich bin Eno. Ich hoffe. Ich bin Dete. Was ist McFly jetzt? Ob du Eno bist. Ich war Dete. Ich war grad Dete. Ja. Ich war grad Treader Reno. Und vor allem du hast schon irgendwas gekauft. Du hast schon einen Flopper gekauft. Ich hab einen Flopper, genau. Deswegen bringt es auch nichts, wenn du hier das Geländer wegmachst. Hallo. 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 Töse. Ich war nämlich vorher Treader. Oh je. Pfeil Flopper auch hier. Pfeil Flopper auch hier. Hey, Alter, wer war das? Grends, was eh immer lebt. Also leider war nicht. Im Leuchtturm. Im Leuchtturm. Der ist ganz oben im Leuchtturm. Da bin ich, aber irgendwann... Da ist unten, rennt Fisk gerade raus. Und Tauta müsste es sein, Tauta müsste es sein. Tauta müsste es sein, Tauta müsste es sein. Stopp, ich war in mir. Doch, ich war über dir. Und im Leuchtturm wurde einer gekillt, du bist rausgerannt. Tauta wurde wiederbelebt. Anstatt hoch zu gehen... Ja, weil ich Angst habe. Ich glaube, Fisk ist auch Trader. Gehe ich jetzt hoch? Jetzt ist ja der Zug schon abgefahren, es ist alles gelöst. Okay, dann gehe ich wieder runter. Tauta ist schon tot. Tauta ist auch wiederbelebt worden. Tauta ist auch wiederbelebt worden. Tauta ist vergiftet. Ihr Sackle. Na du... Lass mich nicht hinterher. Ich habe keine Angst. Tauta ist vergiftet, glaube ich. Backfly! Oh, ich hätte gerade geschossen. Ich geh runter. Oh, da ist noch Friendship. Tauta. Wer ist denn der letzte? Fisk. Immer ich. Ja, aber es fehlt doch noch einer. Also einer ist auf jeden Fall Fisk, aber... Habt ihr sonst noch einen Verdächtigen gehabt? Friends? War nicht schon irgendjemand anders tot? Also einer ist noch tot. Mir ist eingefallen, ich möchte einmal diesen Radikon firmen, weil ich das noch nicht gemacht habe. Weil du den... Du wusst doch, wenn du erschossen hast oder nicht? Mit E. Ah ja. Jetzt steht er bei... Ah, okay. War voll. Also Flocke hat Maru getötet. Richtig? Nein. Hast du doch gerade gesagt. Nein. Shigo und Flocke müssten sich duellieren können und der andere ist Fisk. Fisk? Okay, also Shigo und Fisk... Damit kann ich gehen. Was ist denn mit Maxi? Glaube ich nicht. Ich wurde angeschossen. Vom Leuchtturm, ne? Vom Leuchtturm, es muss Fisk sein, ja. Ne, McFly war oben. Und hat immer noch den Blumen... Bitte? War du jetzt tot? Nie im Leben. Nie im Leben, sagt er. Nie im Leben. Entschuldigung, ja? Auch ein blindes Korn findet man einen Huhn. Okay. Das wäre ein Mausrad hier. Mausradet. Ausmaadet? Lass die Scheiße mal. Hey, hast du dich ernsthaft? Serious? Der hatte ja nen Friendship gemacht. Haha. Fand ich echt noch cool. Wop 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 wop. So... Leben jetzt nur noch Shigo? Ja und meine ganze Bande, die dich noch kriegen würde. Aha, wir leben auch noch. Wir sind nur ein bisschen ruhiger geworden. Wo hast du denn die anderen gekillt? Kannst du nur sehen. Hm? Ah, Moment mal. Äh, ja. Ach Gottchen, mein Gott, dieser... Bin ein bisschen verwirrt. Ach so, jetzt verstehe ich. Ah, fast. Oh, das Fenster ist zu fett. Das Fenster ist zu fett. Ja, das Fenster ist zu fett. Ach so, das ist zu fett. Dann hin. Ja. Ja. 69 HP. Gehe die, gehe die. War geplant. Jetzt komm ich von dir. Verdammt. Oh nein, du kommst wieder. Ah, ganz schön blöd, ne? Ey, du hast auch ein Jetpack. Mhm. Hi. Oh, dammit. Ja. Komm her, du. Oh nein. Keine Credits mehr, schade. Wo warst du auf einmal, Shiro? Ich war auch am Leuchtturm. Ihr seid die ganze Zeit so hoch und runter. Oh nein. Schön aneinander vorbei. Ja. Ich wusste nicht, wo der Kack, das Kack Jetpack ist oder irgendwas derartiges. Als Trader doch immer Spider-Man-Garten beziehungsweise Grappling-Hook. Ja. Weißt du, wie ich es nicht benutzt habe? Ich bring mich damit bloß selbst um. Das bringt auch niemanden irgendwas. Scheiße, Fiskult ist die schon drauf. Wenn die nur sind. Wir können ihn diesmal nicht aufdecken. Aber wir müssen am jeden Fall mal Radarpflicht einbringen. Die Runden dauern immerhin zu lange. Könnt ihr quasi, wenn du nur noch einer... Können wir nicht vielleicht irgendwie so einen Knopf einführen? Die Runden dauern aber vor allem halt zu lang wegen Second. Naja, aber jetzt lags ja daran, dass ich fast zwei Minuten das Ende nicht, äh, gab. Also dass ihr euch da nicht erschossen habt. Wir könnten doch theoretisch so einen Command einführen oder so. Was den überlebenden, äh, Radare gibt. Im 101 einfach Dauerradar. So mit einer Sekunde Update oder so, weißt du? Hat ja Gameplay was zu tun. Hm. Du kannst das Radar-Update ja auch jetzt schon verändern mit normalen Befehlen. Ja, klar. Das hat quasi einfach so einen Events einbauen können. Oh da oben, come baby. Befehl für dich, wo? Nils ist Traitor, ich wurde wiederbelebt, Second Chance. War mir übrigens sowieso schon am Anfang klar, weil du dich direkt umgedreht hast nach der Rollenverteilung. Deswegen hab ich mir Second Chance gekauft. Nils ist es. Wo ist der? Wer war oben im Leuchtturm gewesen und da war aber noch jemand. Ich glaub Tauter war da. Leute, wer versucht denn hier alles zu sprengen? Hey, 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 hey. Was ist denn hier los? 2 HP. Lass mich mal hier raus. Der Bombenstimmung, ha? Mhm. Fässer geschossen hat Fiss. Ich hab mich fässer geschossen, ja. Ich war da auf jeden Fall. Aber da war das draußen. Flock und ich waren im Leuchtturm. Tauter ist tot und ich hab einen Bumerang. Wow. Vorher? Wer ist tot? Ja, aber Tauter war ja kein Traitor. Tauter ist doch kein Traitor. Leute, da lag ein Bumerang. Hey, hier ist... Hey, lauf mich! Wart der geworfen? Kun dran oder... Ne, warte, hä? Das sah aus, als hättest du ihn geworfen. Wart der leider. Nein, nein, nein. Auf mich selber? Wie denn das? Also hinter dir war keiner. Ich hab direkt in deine Richtung geguckt. Entweder musst du da so eine Millisekunde um die Ecke geguckt haben oder du warst das selbst. Hier ist nur Shigo. Ja, die haben grad einen Iser schossen. Aber ich kann ihn doch nicht so werfen, Maxi, dass er genau bei mir landet. Der kam ja auch wieder zurück, du Witzball. Dann hätte ich ihn ja aufgefangen. Keine Credits mehr in der Leiche von Nils. Der wurde geslipperinut. Den Dingens hat Kunran jetzt aufgesammelt, richtig? Ja. Wieso liegt hier eine DEA, die ein A-Scanner rum? Ich hab jetzt keinen... Weil ich schon mal gestorben bin. Achso. Welche Welt, ne? Nein, dann schieb mir die wieder unter. Oh! Hier kommt Maru. Hier kommt Maru aus der Bahn. Hier kommt Maru aus der Bahn. Wo? Wer genau? Maru ist tot. Aber ich bin auch tot. Hä? Achso. Maru ist wieder gespawnt. Maru ist hinten. Warte mal, woher hat Fizz jetzt den Boomerang her? Links hoch. Maru geht links hoch. Maru geht links hoch. Okay, Maru. Geh weg. Oh! Das ist doch Fizz. Hab ihn. Mal gerade gucken, dass der explodiert. Halt! Warte! Nein, ich warte nicht. Okay. Habt ihr ihn getötet? Ja. Müsste noch einer am Strand gespawnt sein. Kannst du mal weiter machen? Na? Er geht gerade schwimmen. Wir haben gerade schwimmen. Wir haben gerade schwimmen. I'm out of fear. Nein, er hat nen Jetpack. Das planet geht so. Los, flieg doch! Er ist angeschossen. Er ist hinten bei dem Haus. Lass mich! Also nicht bei dem Spawnhaus, sondern weiter rechts. Mittlerweile hat er bestimmt wieder eine Waffe. Ja, ich lebe noch. Ich weiß nicht, wo genau er hin ist. Durch die Kanalisation vielleicht? Nee, glaub ich eigentlich nicht. Du rennst gerade am Strand lang oder was? Ich lauf am Strand lang, ja. Da ist er aber nicht lang gegangen jetzt, wo du jetzt bist. Okay. Dann vielleicht doch Kanalisation. Mit Fleiß? Achja, mit Fleiß war verdüftig. Ah! Ich hab dich hoch geschafft, Kleiner. Ich hab dich hoch geschafft, Kleiner. Ich hab nur gesehen, dass du in die andere Richtung geguckt hast. Komm, vielleicht kann ich mal schnacken. Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao! Tschüss!